Mein Opa ist fucking smart. Mein Opa hat zwei Doktorentitel einfach. Stell dir vor, du bist einfach doppelter Doktor und dein Sohn wird das hier. Du bist nicht der Sohn von deinem Opa. Ja, du kannst halt nicht einfach ein Loch in die Decke bohlen, ne? Ich weiß nicht, vermutlich nicht, ne? Ne. So mit Statik und so. Ich hab dich halt drüberlegen einfach und dann fällt einer runter. Hm. Wie viel Miete zahlst du? Ich zahl so circa 15.000 Euro Miete. Aber das ist Kleingeld. Cringe, wie wenig. Ja, cringe, günstig. Junge, wenn ich selbstständig Miete zahl, ist das dumm. Facts. Ölt man auf dem Bauernhof? Kühe ein mit Öl, damit die besser scheißen können.